Herzlich willkommen zu einem Shop Video, wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, es wären auch nur noch 52 Abonnenten, ein bisschen 1000. Ich denke mal, das könnten wir tatsächlich schon nächste Woche schaffen, wäre auf jeden Fall super super nice. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich ebenso freuen. Und schaut doch auf dem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung und lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Dort werden wir uns heute Abend wahrscheinlich auch das FNCS Invitational Event anschauen und davon an die Woche 2 natürlich. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst wie gesagt gerne ein Follow da und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Und dort haben wir heute den Farbenbomber wieder im Shop. Der war ja glaube ich auch schon seit ein paar Monaten nicht mehr im Shop, aber jetzt auch nicht so extrem lange. Dann natürlich noch die männliche Version, den Farbenkanonier, dazu dann noch die Regenbogenwurz-Spitzhacke. Ist eine reaktive Spitzhacke, ich weiß allerdings nicht genau, was reaktiv daran ist. Ich glaube allerdings, dass das Horn ein bisschen heller leuchtet, wenn man häufiger schlägt oder so. Oder wenn man mehr Damage macht, weiß ich aber nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob bei der dunklen Variante und da ist es eben halt so, umso mehr Schaden man macht, desto heller leuchtet das dann hier. Und dann kommt auch noch Qualm aus dem Mund raus. Aber ich weiß nicht, wie es bei der Regenbogenwurz-Spitzhacke ist. Dann gibt es auf jeden Fall noch den Farbenballon-Gleiter dazu. Und dann haben wir als nächstes den Steinerd-Skin wieder drin. Ist ja eigentlich ein Valentinstag-Skin, kommt aber tatsächlich relativ häufig im Shop. Im Vergleich natürlich zur männlichen Version, den Liebesranger. Der ist ja tatsächlich sehr, sehr selten immer nur im Shop. Und ist ja im Prinzip hier die weibliche Version nur davon. Und die ist wirklich um einiges häufiger im Shop. Dazu gibt es natürlich noch die Herzschmerz-Spitzhacke. Dann als nächstes haben wir noch den Wolf-Käppchen-Skin. Auch richtig häufig, meistens im Shop. Hier einmal die Standard- und dann die Variante ohne Kopfbedeckung. Dazu dann die große Böse-Axt. Und dann die Wolfsjäger-Lackierung. Als nächstes haben wir dann hier den Reinkarnation-Skin. Ist auch ein reaktiver Skin. Allerdings weiß ich nicht genau, was daran reaktiv ist. Steht hier aber auf jeden Fall. Aber ich habe wie gesagt gar keine Ahnung, was daran reaktiv ist. Dann aber als nächstes Glitzer, wo man auch mal eine Darkierung für den Farbenbomber-Skin tatsächlich. Hat er bisher ja sonst noch keine. Und hier haben wir tatsächlich einen Waffeneffekt, der ausgelöst sein kann. Und das sieht eigentlich schon ganz cool aus mit diesen Sternstumpen, die dann runterfliegen. Und ansonsten ist er auch noch hier animiert. Also manche kommen so, kommen dann auch nochmal so ein paar, ein paar, ein bisschen Design auf die Lackierung auf jeden Fall rauf. Dann haben wir zunächst die Höhenüberladung als Mode. Dann haben wir noch die Rote Verteidigerin. Hier haben wir mittlerweile auch ein zweites Ziel bekommen. Einmal eben halt den Standard-Ziel ohne Kopfbedeckung. Und dann noch ein Ziel mit Kopfbedeckung. Dann haben wir den Billy Bounty Mode. Und dann als letztes noch Rage Crit. Das war's dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.